Foto-Wand-Kalender zählen zu den beliebtesten Fotogeschenken von Happy Photo. Kein Wunder, mit einem Foto-Wand-Kalender schenken Sie 365 Tage im Jahr Freude. Hier sehen Sie unsere Hochformatserie. Alle diese Kalender sind spiralisiert und mit praktischer Aufhängeöse versehen. Die Ausarbeitung erfolgt im Digitaldruck auf hochwertigem Papier. Ihre schönsten Momente eines ganzen Jahres sehen einfach toll aus. Blatt für Blatt, ein Highlight nach dem anderen. Dabei ist es egal, mit welchem Monat Sie Ihr Fotojahr beginnen lassen. Den hochwertigen Foto-Wand-Kalender gibt's in verschiedenen Größen, von klein bis riesengroß. Und sie eignen sich am besten für Fotos im Hochformat. All diese Kalender bieten viel Platz für individuelle und kreative Ideen. Und die Gestaltung von Titel- und Monatsseiten ist mit den Happy Photo Gestaltungsprogrammen super einfach. Sie können viele Vorlagen, Hintergründe und Effekte nutzen, individuelle Texte einfügen und Start und Ende Ihres Kalenderjahres selbst bestimmen. Zum Beispiel von März bis Februar. Schritt für Schritt gestalten Sie Ihr ganz persönliches Jahr. Mit glücklichen Schnappschüssen und tollen Erinnerungen. Ein Foto-Wand-Kalender im Hochformat macht viel Freude. Beim Gestalten, beim Verschenken und beim Betrachten. Jeden Tag aufs Neue. Und das 365 Mal im Jahr.